Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bulletstorm für die Switch. Wir machen direkt weiter. Nachdem wir leider meinen traurigen Tapsi, den Robert und Dinosaurier, verloren haben, müssen wir ohne ihn weiterkommen. Aber ich denke, das werden wir schaffen. Also muss ja sagen, was kann er davon halten oder will. Rein grafisch ist wirklich gut. Was denn? Oh, das wird dann schnell. Na, hier runter. Die ganze Systeme stürzt ja bald ein hier. Aber man sieht auf jeden Fall das hier Strom irgendwo hinfließt, oben links. Los wo fließt es hin? Achso. Ich denke, man muss mal laufen. Los, komm! Wann rutschen. Geronimo! Geronimo, ja. Das hat ziemlich cool gemacht hier. Oder? Sieht schon ziemlich paradiesisch aus. Cool und paradiesisch. Hm? Man schوت das jetzt. Die ISE ist aufssich. Es gibt am DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN. Ich kann weiter nachdenken. Ich finde, wir müssen die Zeit nach. Wir brauchen die aufgewöhnliche안en. Wir brauchen die aufgewachsen. Wir brauchen die aufwärmung. Da sind wir noch aufwärmung. und hier haben wir Hilfe irgendwas Börse, eine Rüste, die momentan ausgewählt war, aus YM, um die Waffe zu wechseln, oder drücken alles hab wir hin so gut, das reicht erstmal, oder? er spricht über einen Baby ok führe Trischka auf rette Trischka, ok, versuchen wir mal na, proben, aber das hängt direkt zack leise wirklich geile Aussicht so so you wanna make out? just two heartened dudes sitting in an elevator snuggling out their woes in a totally hetero way ha there's a nervous chuckle either your human side gets the joke or your computer side likes the way my ass looks in these jeans ha 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 or a little of both perhaps hey i'm not judging i'm just looking good hm so kai 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 cool cool oh cool for 3-4 ist natürlich schlecht exit exit hat'n So. 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 das passt ich denke mir mit dem regen stemmen Treppen bestimmt nicht. Warte mal. Wie wäre das? Oh. Und hier mit der Waffe ist natürlich albern. Mal sehen, wie sie sind. Oh, dann vielleicht hat sie Konditionen, ne? Hm. Oh, das kommt schon. Okay. Wunderer, du Spaß. Da. Aber ganz so schlecht. Wir haben ein bisschen viel Munition verbraucht, aber in der Hände haben wir auch ganz schön viele Abgemetzer hier, ne? Auch in die Luft jagen können das Ding, ne? Ja. Eieiei. Wir sind ein bisschen härter, die Gegner, also beziehungsweise müssen wir... Die Sniperer von da hinten haben, glaube ich. Warte, da muss ich die Doppel machen. Ach, ich kann nicht... Cool, die ziehe. Keine Ahnung, steuern die Kugel. Wie cool ist das denn? Okay. Wollen bleiben. Zack! Hey, hey, hey. Was ist ein Maphorn? Oh nein! Ich hab ihn auch getroffen. Das war ein Witz. Was ist die Frage, ne? Welche Waffe behalten? Ich glaube, wir halten die Sniper einfach mal ein bisschen, oder? Obwohl, ne. Nichts doch cool. Aber hier wird auch nicht schlecht treffen, also. Wohl. Ah, ich so eine Munition. Warte mal. Ne, warte mal. Ja, wir haben ja schon einen Muni hier bekommen. Aber wir nehmen trotzdem diese Waffe erstmal. Mein Gott, ey. Die Sniper ist schon ganz geil. Das hat sie. All finales Echo. Commodore. Ich bin überrascht und aus der Anmacht. Es hat viele Stunden, seit ich einen Report gehört habe. Sende Konfirmation. Ja, aber vielleicht bist du auch alleine übrig. Man weiß es nicht. Sie bekommen ihre Hande auf sie. Sie wird nicht lange haben. Nein, wir sind in kurzen Zeit. Liebe Mutter von Scheiße. Die Sniper waffen sie es, aber trotzdem. Die Sniper waffen sie es, damit sie auch schon was machen können. Freischalten. Oh, wir haben keine Muni hier, aber dafür haben wir richtig Funktionen. Nicht gut. Was ist denn da los? Oh. Ah, ist ein bisschen fieser. Ah, ich habe jetzt... Oh. Ei, ei, ei. Was? Ich habe jetzt da noch mehr. All klar. Dann lassen wir weiterlaufen. Aufladen hier. Okay, nachladen. Aufladen, sag ich schon. Zack. Noch da. Was gut ist, wenn ich laufe, laufe da auch. Ach so, schneller. Use the Shot Visualizer. Kill them all. I need time to work on the bridge. On it. Und ich nafarnen. Also, die triple run haben. Ich habe das spare. Wir haben jetzt von Nine Enzir. 그리고 wir haben die Gamera auch gesçe shackle, die platzim começar zu sp asken. Das ist gerade am Laufen gewesen. Ist nicht doof. Ah, verdammt. Das ist gemein. Oh nein! Scheiße. Also betreff ich mich jetzt ja nicht. Jetzt aber. Drei Schüsse sind aber leider in denen. Ja. Gibt's doch gar nicht. Wollen wir mit tun? Ja. 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 Ah da viennent mines funds in meinen Beschwerden! Ja. 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 Brauch nix, dann direkt hier aufmachen, mach mal, komm mal auf da, du musst da ran, glaube ich, wir haben nichts Neues, was wir machen können, macht doch keinen Sinn, ich sicke das, das war ein neues, das war's, ich kann, was wir machen, was wir machen, was wir machen, was wir machen? Wir haben das, was wir machen, was wir machen, was wir machen? Es ist kein Kinn. Aber so muss man schnell sein, damit man diese Explosionsfässer rammen kann, bevor die auf ein Züge rammt kommt. Man könnte es nicht mehr, weil es nicht mehr kann. Man könnte es nicht mehr als ein Züge rammt. Das war's für heute. Ommone, hahaha, wie gelebt ist das denn Ommone? Ich kann jetzt mal die Kräuter sammeln, ich kann noch etwas finden Ante ja das da, okay So Oh mein Gott, keine Zeit zu verlieren, los geht's! Ich hoffe, dass Babe ihre eigene halten kann. Was werden wir tun, wenn sie es beitzt? Was werden wir tun? Wir werden sterben, Gray. Sie ist unser einzige Weg zu Serrano. Unsere Seele bedeutet ein Geheimnis. Well, Scheiße. Wo wir hinkommen? Sorry, ich muss mal gucken, ob wir hier irgendwas... An die Ladung. Ein Feier-Geschoss ab, durch das Intrusion der Benutzer mehrere Ziele mehr. Okay, nicht schlecht, aber das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt erstmal... Hier haben wir... Für alles Munition noch, also einst geht's. Ach so, jetzt kann ich's ausrüsten, aber ich will hier. Wo hab ich denn welche Waffe gerade? Da hab ich die rechte Waffe, hab ich die und die linke Waffe, hab ich die. Ja, wir lassen uns noch mal kurz rum. Jetzt müssen wir nun... ...bissere Munition hierfür haben. Ja, aber ich glaub, wir machen hier einen Stopp. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020